Herzlich willkommen in unserem Unterhaltungselektronik-Center in Bruck. Auf 800 Quadratmeter finden Sie 38.000 verschiedene Produkte. Beim Eingang befindet sich die Bild- und Tonträgerabteilung. Über 30.000 verschiedene CDs, DVDs, Blu-rays und Schallplatten aller Sparten stehen zur Auswahl bereit. Gleich daneben finden Sie eine grosse Auswahl an DAB-Radios und Bluetooth-Lautsprechern. Fernsehgeräte von Metz, Sony, Samsung und Amazonic werden von unserer Serviceabteilung auf Wunsch fachmännisch geliefert und installiert. 150 Kopfhörer von Sennheiser, Odyssey, Bayer Dynamik, HiFi Man, Grado und Bowers & Wilkins bilden den Abschluss vom ersten Laden teil. Mit 80 verschiedenen Markenvertretungen finden Sie eine schweizweit einmalige Auswahl an hochwertiger Elektronik und Lautsprechern. Ein Eldorado für jeden Musikgeniesser. Absolute Top-Marken wie Akkuface, Denon, Theonda, Macintosh, Marantz, Arkham, Revox, NAD, Rottel, Primare, Technics, Cambridge Audio, AVM, Yamaha, Vincent, Aurender, Audioanalog und Pioneer sind ein Teil der Elektronikabteilung. 140 verschiedene Lautsprecherpaare von 200.000 bis 50.000 Franken können Sie an 14 Hörstationen direkt miteinander vergleichen. Zu unseren Lautsprechermarken zählen Bowers & Wilkins, Dali, Canton, Piega, Sumus Faber, Elac, Quadral, Q-Acoustics, Tanoi, Paradigm, Magnat, KEF, Heco, System Audio, Monitor Audio und mehr. Das Sortiment wird mit Streaming-Produkten, Multiroom und Subwoofern abgerundet. Unser erfahrenes Team hilft Ihnen gerne beim Realisieren Ihrer Wunschanlage. Für das etwas kleinere Budget finden Sie eine Auswahl an Kompaktanlagen und Komplettsystemen sowie preiswerte Einzelkomponenten, die Sie selber zusammenstellen können. High-Res-Player von Astel & Kern und FiU sowie Plattenspieler von Clear Audio, Torrents, Rega, Project und Transruptor werden in diesem Bereich präsentiert. Für jede Anlage die richtige Verbindung. Ob ein günstiges Kabel für 10 Franken oder eine High-End-Variante für 6.000 Franken. Hier finden Sie bestimmt das passende Kabel für Ihre Anlage. Unsere Hauptmarken sind AudioQuest, Inacoustic und CR-TEC. Diverses Zubehör wie Netzfilter von Isotec, Absorber, Tonabnehmersysteme und HiFi-Racks vervollständigen das Sortiment. Gerne beraten wir Sie auch zu TV- und HiFi-Möbeln. Bei Hunderten von verschiedenen Modell- und Farbvarianten finden wir eine Lösung für Sie. Unsere Möbel-Lieferanten sind Spektral, Swiss HiFi-Design, Basso Continuo und Kreativ. Im Untergeschoss befindet sich der Heimkino-Raum. Hören Sie 3.1, 5.1, 7.1 oder Dolby Atmos das dreidimensionale Klangerlebnis mit 12 Lautsprechern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Mülder und Springteam Wir freuen uns auf Ihren Besuch.